Federico Machetti ist ein italienischer Fußballtorwart, der seit 2011 bei Lazio Rom in der Serie A unter Vertrag steht. Karriere Machetti begann seine Karriere in der Jugend von Bessica und wechselte später in die Jugendmannschaft des FC Turin. In der Saison 2001-02 wurde er in den Profikader des FC Turin aufgenommen. Bestritt jedoch bis zum Saisonende kein einziges Pflichtspiel für die Turiner. Für die folgende Spielzeit verliehen ihn die Pimonteser zur US-Pro-Facelli in die Serie C2, die vierthöchste italienische Spielklasse. Dort schaffte Machetti sofort den Sprung in die Stammformation und absolvierte alle 34 Ligaspiele für Facelli. Da er sich mit dem Verein nur auf dem 17. und damit zweitletzten Rang der Serie C2 platzierte, mussten noch zwei Playout-Partien gegen Calzico Mestre ausgetragen werden. In diesen gelang Facelli mit 2-1 zu 0 Siegen der Klassenerhalt. Nach seiner Rückkehr nach Turin wurde der Torhüter wieder verliehen. Bei den zwei folgenden Stationen FC Crotone und FBC Treviso erhielt er keine Einsätze in Pflichtspielen und kehrte im Sommer 2004 abermals nach. Turin zurück. Er debütierte am 16. Januar 2005 für den FC Turin in der Serie B, als er im Heimspiel gegen Treviso für den Verein zwischen den Pfosten stand. Das Spiel wurde mit 1 zu 2 verloren und der Torwart wechselte anschließend erneut den Verein, als er auf Leihbasis zur US-Pro-Facelli stieß. Der er schon in der Saison 2002-03 leihweise angehört hatte. Er absolvierte noch 13 Ligaspiele für Fatsili und musste mit der Mannschaft erneut die Playout-Spiele um den Klassenerhalt in der Serie C2 bestreiten. In zwei Partien wurde die AC Palazzolo besiegt und der Ligaerhalt erneut sichergestellt. Nachdem sich der Torwart beim FC Turin abermals nicht für die erste Mannschaft empfehlen konnte, spielte er die Saison 2005-06 bei der Aspilese. Die Saison verlief wieder enttäuschend. Die Mannschaft belegte den 16. Rang und schaffte erst in zwei Playout-Partien gegen Calcico Portugua Rosomaga den Klassenerhalt. Im Sommer 2006 löste der Torhüter seinen Vertrag beim FC Turin auf und unterschrieb beim Zweitligisten UC Albino Leffe einen Vertrag. In seiner ersten Saison in Albino konnte er sich noch keinen Stammplatz erspielen und erhielt 13 Einsätze in der Serie B. In der darauffolgenden Spielzeit 2007-08 zeigte er sich stark verbessert und erhielt in 32 Ligaspielen nur 28 Gegentreffer. Mit dem vierten Rang in der Serie B durfte Machetti mit Albino Leffe um den Aufstieg in die Serie A mitspielen und unterlag erst in den Finalspielen gegen US Lecce, nachdem zuvor Brescia Calcico besiegt werden konnte. Für die Saison 2008-09 wurde er auf Leihbasis vom Serie A-Verein Chagliari Calcico verpflichtet. Er beendete die Spielzeit mit Chagliari auf dem neuen Rang und platzierte sich damit vor dem Pokalsieger Lazio Rom und dem SSC Neapel. Im Sommer 2009 verpflichtete ihn der Verein Chagliari Calcico entgültig von Albino Leffe. Und Machetti unterschrieb bei den Saaden einen Vertrag bis Ende Juni 2011. Er erspielte sich bei Chagliari einen Stammplatz und setzte sich gegen seine Konkurrenten Cristiano Lupatelli, Michael Agazzi und Mauro Vigorito durch. Im Juli 2011 gab Lazio Rom die Verpflichtung von Machetti bekannt. Bei den Römern konnte er sich sofort einen Stammplatz sichern und wurde in den folgenden Jahren mit einigen starken Vorstellungen zu einem Leistungsträger. Nachdem Machetti nie für eine italienische Jugendnationalmannschaft berücksichtigt wurde, debütierte er am 6. Juni 2009 unter Nationaltrainer Markello Lippi im Freundschaftsspiel gegen Nordirland für die italienische Fußballnationalmannschaft. Er blieb beim 3-0-Sieg über die Nordiren ohne Gegentreffer. Im Jahr 2009 bestritt er noch zwei weitere Partien für Italien. Er stand auch im freundschaftlichen Länderspiel am 3. März 2010 gegen Kamerun zwischen den Pfosten und blieb erneut ohne Gegentreffer. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika wurde er am 14. Juni 2010 zur Halbzeit des ersten Gruppenspiels der Italiener gegen Paraguay. Für den verletzten Stammtorhüter Gianluigi Buffo eingewechselt. Das Spiel endete 1-1, jedoch blieb Machetti ohne Gegentor. Auch in den weiteren Gruppenspielen gegen Neuseeland und die Slowakei vertrat er Buffo, man schied allerdings in der Vorrunde aus. Nachdem Cesare Prandeli die Nachfolge Lippis nach der desaströsen WM antrat, wurde Machetti nicht weiter berücksichtigt. Prandeli setzte für die Position der Ersatztorhüter hinter Gianluigi Buffo eher auf die jüngeren Sirigu und Viviano. Erst zum Freundschaftsspiel Italiens gegen die Niederlande im Februar 2013 wurde Machetti aufgrund seiner guten Leistungen, die er Inzwischen bei Lazio-Rom-Spielen zeigte wieder nominiert. Er blieb allerdings ohne Einsatz. Erfolge Coppa Italia Sieger Dritter des Confid-Cups